Das Präsidium, die Geschäftsführung in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat des FC St. Pauli haben sich nach intensiver Analyse und mehrstündiger Diskussion dazu entschlossen, Cheftrainer Roland Vrabic mit sofortiger Wirkung zu beurlauben. Der Auftritt der Mannschaft in den letzten Spielen ja sogar saisonübergreifend und auch die damit verbundenen Ergebnisse konnten und haben uns gar nicht mehr gefallen. Und so mussten wir und wollten auch die Reichsleine jetzt sofort auf Anfang der Saison ziehen.